Das sind die Lampenorten. Die Nacht ist auf der Bahn. Warte, ich hab auch gesagt. Können wir wieder? Das ist der Lampenorten. Von wem bekommen wir rüber? Hallo! Ja! Wie geil ist das? Wie geil ist das? Hey! Gib alles Timo! Gib alles! Jawoll! Jawoll! Danke! Jetzt hör genau hin! Hör genau hin! Was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt gehts ab! Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Was ist das denn? 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 Ey, da schreiß dich auf die Knau. Ich glaub, das wär da nie. Wusstest! Ich dachte, der kann's dazu! Wusstest du das? Wir haben uns doch gar nicht gedacht! Wir haben uns doch was gedacht! Darnie! Nein, Darnie! Wie kommen die zu Darnie? Das hat Timo arrangiert! Nein! Ja klar! Bestimmt! Nein! Und du sagst mir das die ganze Zeit nicht? Das war eine Überraschung mehr! Ey, ist das geil! Was ich jetzt nicht bekommen wär, ey! Ey, wenn ich das gewusst hätte, die Corinna da vorne noch Bescheid gesagt! Die kennt das aber nicht! Die steht doch da vorne, glaub ich! Das ist ja der Oberhammer! Jetzt machen sie andere Mucke an! Ja, jetzt haben sie extra aufgehört zum Spiel! Haben sie extra gemacht, weil die genau... Was ist das? Ey, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja voll geil! Der Timo war ja geil!